Hallo Leute, Willkommen zu einer Runde Kursgehr auf dem App Nuketown. Und Leute wie der Titel schon verspricht, ja es ist mein 5k Pack. Und zwar ist es jetzt in der Beschreibung verlinkt, könnt ihr gerne downloaden. Erster Link in der Beschreibung. Und natürlich checkt natürlich auch Yako aus, wäre natürlich auch nice, er hat das AP gemacht. Und für alle Fälle danke an dich, ist mega nice step. Und da können wir abschrauben. Nice. Stuff haben wir auch, der hat noch ein Eisschlepp für mich, oder? Nein doch nicht. Also das Pack ist jetzt noch ein bisschen ungeändert worden, aber ich finde das so eigentlich ganz nice. Könnt ihr mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, ob ihr euch das downloadet oder nicht. Würde mich natürlich freuen und okay, da werde ich gerade ein bisschen gefokust. Okay, ich gehe mal ein bisschen weg, damit ich jetzt noch die Runde vielleicht gewinnen kann. Das ist auch First Try die Runde. Das Pack ist auch ein bisschen für UEC gemacht, also könnt ihr das auch in UEC oder so verwenden. Natürlich für Kursgehr natürlich auch, weil ich finde die Schwerter zum Beispiel richtig nice. Und die Rüstung, die Farbe da ist mega nice gemacht. So, da können wir vielleicht den abschrauben. Nice. One hit. Und den bekommen wir auch noch, denke ich mal. Meine Hits of Garment gehen irgendwie in letzter Zeit richtig nice. Und der gibt mir aber auch ganz gute Hits. Und der hack, glaube ich, oder? Ich weiß nicht, hat er geackt? Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle, Leute, sehen wir uns jetzt in der zweiten Runde. So, das sind wir in der zweiten Runde auf dem Bayview. Hier spiele ich auch nicht so oft in Aufnahmen, aber es tut mir leid, Leute, dass jetzt, weiß nicht, glaube ich, vier oder fünf Tage keine Videos kamen. Ihr habt dann selber nicht darüber aufgeschaut, weil ich eigentlich auf das RP gewartet habe, aber naja. Jetzt kommen wieder, denke ich mal, jede... drei Tage oder vier Tage Videos. Also eigentlich aktiv, also freut euch auf mehr QSG. Und vielleicht kommt auch mal andere Videos, mal schauen. Der hat mein Skin. Grüße gehen raus an dich. Die muss ich nachher noch ändern, nach der Runde. So. Kommen wir denen noch? Ich weiß es nicht. Ich bin sogar an-nickt. Okay, ich gebe jetzt rein und dann gehe ich auf den Dorf. Okay, nice, haben wir. So, das war gerade ein bisschen intensiv. Ich bin auch an-nickt. Wusste ich grad gar nicht. Ähm... Und den da können wir auch töten. Nice. Verwirrt euch nicht wegen dem Nick da oben. Ich bin grad nicht genickt. Und dann leben auch noch zwei Leute. Oh, natürlich würde ich mich, würde ich mich auch mal bedanken für das Feedback auf das letzte Video. Ich glaube, 300 Likes haben wir jetzt mittlerweile schon nach vier Tagen. Mega krasse Support von euch. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr, weiß nicht, ich sag jetzt keine Like-Anzahl, aber... Würde mich einfach freuen, wenn ihr natürlich auch auf das Video ein Like da lassen würdet. Ja. Fresh. So, das sind wir im DM im 101 gegen Returns oder Red Turns, genau. Weiß nicht, wie man den ausspricht. Aber wenn wir den davon jetzt eigentlich auch holen. Und ja. Pfeile haben wir auch, also können wir auch usen. So, ich gehe jetzt auf Nahkampf. Damit er auch noch ein paar Chancen hat. Oder auch nicht, weil er wegläuft. Und dann haben wir gewonnen, die Runde. Und dann würde ich sagen, Leute, lasst gerne eine Vorzeige da, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann, Leute, ciao, bis zum nächsten Mal.